Clothes – Kleidung Mrs. Marvelous möchte sich nach den neuesten Modetrends kleiden und hat sich deshalb beim Online-Shopping so richtig ausgetobt. Um herauszufinden, ob die Sachen passen, muss sie jedes Kleidungsstück anprobieren. Sie legt direkt los. It is a pair of shorts. Es ist eine kurze Hose. Mrs. Marvelous likes the shorts. Mrs. Marvelous mag die kurze Hose. Und schon probiert sie das nächste Kleidungsstück an. It is a pair of trousers. Es ist eine lange Hose. Doch die gefällt Mrs. Marvelous gar nicht. Zum Glück hat sie noch eine Hose bestellt. Mrs. Marvelous likes this pair of trousers. Diese Hose findet Mrs. Marvelous richtig klasse. Weiter geht's. It is a pair of jeans. Es ist eine Jeans. This pair of jeans is perfect. Diese Jeans ist perfekt. Einiges passt schon. Doch sie probiert munter weiter an. It is a top. Es ist ein Oberteil. She loves the top. Sie liebt das Oberteil. Was kommt als nächstes? It is a T-Shirt. Es ist ein T-Shirt. This T-Shirt is wonderful. Dieses T-Shirt ist wunderbar. Trotzdem möchte sie noch ein weiteres Oberteil anprobieren. It is a sweater. Es ist ein Pullover. Dieser Pullover ist furchtbar. Die Farbe geht wirklich gar nicht. Zum Glück hat sie noch einen bestellt. Diesen Pullover mag sie. Ein Pullover kann im Englischen sweater oder Pullover genannt werden. Damit sie nichts vergisst, hält Mrs. Marvelous fest, welche Sachen sie behalten möchte. A pair of shorts. Eine kurze Hose. A pair of trousers. Eine lange Hose. A pair of jeans. Eine Jeans. A top. Ein Oberteil. A T-Shirt. Ein T-Shirt. A sweater. A pullover. Ein Pullover. Super. Und schon probiert Mrs. Marvelous weitere Sachen an. It is a dress. Es ist ein Kleid. Das Kleid sieht ja scheußlich aus. Sie probiert lieber schnell ein anderes an. She likes this dress. Dieses Kleid ist ganz nach ihrem Geschmack. Naja, wenn sie meint. Ein paar Sachen muss sie noch anprobieren. It is a skirt. Es ist ein Rock. She likes the color of the skirt. Sie mag die Farbe des Rocks. Und was ist das? It is a shirt. Es ist ein Hemd. Mrs. Marvelous hat wirklich einen außergewöhnlichen Geschmack. She loves the shirt. Sie liebt das Hemd. Welche Kleidungsstücke fehlen noch? Na klar, sie braucht noch etwas für ihre Füße. Zum Glück hat Mrs. Marvelous genug bestellt. It is a pair of socks. Ein paar Socken? Socks? Hat sie also schon mal. Was probiert sie als nächstes an? It is a pair of shoes. Es ist ein Paar Schuhe. Leider sind sie viel zu groß. Doch sie hat noch ein zweites Paar bestellt. She really likes these shoes. Diese Schuhe mag sie wirklich. Das nächste Kleidungsstück soll momentan sehr angesagt sein. Denn jeder trägt es. It is a pair of trainers. Es ist ein Paar Turnschuhe. She loves the trainers. Sie liebt die funkelnden Turnschuhe. Welche Klamotten sind noch mal dazugekommen? A dress. Ein Kleid. A skirt. Ein Rock. A shirt. Ein Hemd. A pair of socks. Ein paar Socken. A pair of shoes. Ein paar Schuhe. A pair of trainers. Ein paar Turnschuhe. Mrs. Marvelous hat es fast geschafft. Bald ist sie von Kopf bis Fuß in die neueste Mode gekleidet. Was fehlt noch? It is a coat. Natürlich, ein Mantel fehlt noch. This is her new coat. Das ist ihr neuer Mantel. Doch sie braucht noch etwas für die wärmeren Tage. It is a jacket. Es ist eine Jacke. This jacket is perfect. Diese Jacke ist perfekt. Welche Kleidungsstücke muss sie noch anprobieren? It is a hat. Es ist ein Hut. Dieser Hut ist ihr etwas zu langweilig. She loves this hat. Mit diesem Hut fällt sie so richtig auf. Ihr Look ist fast komplett. Aber eine Sache fehlt noch. It is a bag. Es ist eine Tasche. It is a beautiful bag. Es ist eine wunderschöne Tasche. So, welche Sachen sind denn jetzt noch zu Mrs. Marvelous' stylischem Outfit dazugekommen? A coat. Ein Mantel. A jacket. Eine Jacke. A hat. Ein Hut. A bag. Eine Tasche. Allerdings ist Mrs. Marvelous mit ihrem Kleidungsstil ihrer Zeit weit voraus. Oder was meint ihr? A. 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 Vielen Dank.